Ja, hallo zusammen zu diesem freudigen Ereignis, zu dieser Ice Bucket Challenge. Ich bedanke mich zunächst mal für die Nominierung bei meinem Sportfreund Sven Ahmendt ganz herzlich. Und ich bin zutiefst gerührt, die große Zahl der Zuschauer, die hier außen rum steht und die dem entgegenfiebert, dass ich heute hier mit Eiswasser getauft werde. Ja, es ist in der Tat ein freudiges Ereignis, dass es das eigentlich gibt, wenngleich die heimtückische Krankheit natürlich weniger zur Freude Anlass gibt. Aber ich denke, dazu soll es ja dienen, dass durch unsere Spende wie auch durch meine Spende hier diese Krankheit ALS weiter erforscht wird. In diesem Sinne will ich Sie alle nicht mehr länger auf die Folter spannen, will Ihnen aber nochmal gerne hier die Kontaktadresse zeigen. Ah ja, ich habe noch ganz vergessen, nominiere, tue ich, wen ich nominiere. Natürlich unseren, meinen, meinen Spessart-Landrat und Sportfreund Thomas Schiebel, meinen Bürgermeister aus der Stadt Gemünden, Jürgen Lippert und meine liebe Landtagskollegin Gabi Schmidt. Ja, und jetzt wird es langsam ernst. Ich bin gespannt, wie es wird. Aber lassen wir uns überraschen. Ich muss sagen, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt.